Hier sind die Gäste von Schalte 04 und die TSG 1899 Hoffenheim. Und so spielt Hoffenheim die Nummer 3, Pabell Kürneser. Die Nummer 32, Menairo Barcherbe, die Nummer 40, Lissandro Vankinex, die Nummer 18, Diadi Sabasitu, die Nummer 10, Munas Dabur und mit der Nummer 14, Christoph Baumgartner. Die Nummer 3, Pabell Kürneser. Danke liebe Zuschauer. Ich wünsche euch allen ein tolles Spiel über in der Kürze übernehmen. Ich wünsche euch allen ein tolles Spiel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Vielen Dank. Das war's. 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 Das war's.